So hallo liebe SWM Zuschauer, heute bin ich hier an einem Großbrand und zwar es brennen 150 Ballen Stroh. Ein Ballen kostet ungefähr 35 bis 40 Euro, hat mir der Bauer erzählt. Und er vermutet, dass es eventuell Brandstiftung war, eventuell Brandstiftung war. Wir wissen noch nichts genaues. Auf jeden Fall konnte die Feuerwehr das Feuer eindämmen. Der Schaden ist natürlich trotzdem enorm, das Stroh ist fertig. Näheres, man berichtet natürlich wie immer.